Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play und zwar zu Shovel Knight Treasure Trove. Das ist ein Spiel, was auf meinem Pile of Shame sich befindet. Wenn ich ihn noch angeben möchte. Also wie ihr sehen könnt, ich habe es noch gar nicht gespielt. Noch nie. Ich weiß nicht um was es geht. Ich weiß nur um einen Shovel Knight. Das hier ist diese super duper Ultimate Collection, wo alles dabei ist. Das heißt Shovel Knight und irgendwie dieser Sensen-Mann, dann dieser böse König. Wer das zweite ist, weiß ich nicht. Naja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Aha, wir können so also durch die einzelnen Kampagnen springen. Cool. Also das ist Shovel of Hope, Plague of Shadow, Plague, Plague, Plague. Plague of Shadows, Specter of Tormund, King of Cards. Okay. Schau für dich durch die Hauptgeschichte. Das machen wir doch einfach mal. Körper tauschen. Ab in den Körper tauschen. Und möchtest du den Körper irgendeines Hauptcharakters tauschen? Tipp. Du, dass hier der Zeit über das Pausen... Nein. Fangen wir einfach mal an. Shovel Knight, Shovel of Hope. Vor langer Zeit war das Land ungezähmt und die Heimat legendärer Abenteurer. Von allen Helden war keiner strahlender als Shovel Knight und Shield Knight. Doch ihre gemeinsame Reise endete am Turm des Schicksals, als ein verfluchtes Amulett einen schrecklichen Zauber wirkte. Als Shovel Knight erwachte, war der Turm versiegelt und Shield Knight war verschwunden. Als gebrochener Mann zog sich Shovel Knight in ein Leben in Einsamkeit zurück. Doch ohne Helden fiel das Land in die Hand einer bösen Macht, der Verzauberin und ihres Ordens ohne Gnade. Nun ist das Siegel des Turms gebrochen und die Welt steht am Abgrund. Ein neues Abenteuer beginnt. Fertig? Okay, ah, okay, ah, ah. Oh! Ah, okay. Kann er eigentlich rennen? Hm, das haben wir nicht. Hm, das ist ja cool. Ah, okay, also so Fogos-Dick-mäßig wie ein DuckTales. Ah, cool. Ah, cool. Ah, cool. Okay, das ist, glaube ich, ein Checkpoint dann, höchstwahrscheinlich. Also ich muss schon sagen, also das Sprungverhalten ist sehr präzise. Oh, Mist. Also das. Für mich ist das cool, gerade. War das jetzt ein Boss, oder? Ich glaube nicht. Okay, das ist eigentlich nicht so gut. Nein, nein. Ja, cool. Aber die Musik ist auch nicht schlecht. Wow. Mir geht das schon geil im Beat, ey. Ich möchte Mutten lassen. Ach so, ich sieh's ja. Den können wir ja die Körper tauschen. Ah. Cool. So, ich weiß nicht, ob ich da was wäre, das Ding. Ich weiß nicht, ob ich da was wäre. Ich denke, da hat er irgendetwas Besonderes. Nö. Ich bin ein Radweinchen. Das ist ja cool, ey. Das ist was schon? Okay, wo geht's hier? Ne. Ist das hier der reziere Weg? Nein. Ey, das ist schon cool. Also, das Sprungball ist schon mega. Cool. Cool. Warte. Ganz viele Diamanten. Die Drachen kommen immer wieder. Check that out. Cool. Ich weiß nicht, was ich mit dem Gold alles machen kann. Boah, das sind für das präzise Sprünge, ey. Das wird bestimmt später noch schlimmer. Bis jetzt ist schon cool. Jetzt ärgert es mich ein bisschen, dass ich das auf meinem Pile of Shame habe. Wie fühle ich mein Leben eigentlich auch? Nichts? Nach rechts oder nach links? Ich weiß nicht, dass ich das ganz gut bin. Okay. Oh, das ist der Boss. Okay. Und ihre unbesiegbaren Ritter vom Orden ohne Gnade stehen zwischen dir und dem Turm. Doch all das ist egal, denn wer es auf die Verzauberin abgesehen hat, muss an mir vorbei. Stäle deine Schaufel. Er hat ja auch eine Schaufel. Oh, ich habe mich erwischt. Heldentat, vollbracht. Ich lebe noch. Yes! Oh, er ist abgehauen. Verdammt. Ja, wir haben es geschafft. Oh, er rupt sich aus. Habt ihr wo ausfugend? Wo ist denn? Hier. Okay. Shit, nein. Oh, ich hab dich. Du wirst du an. Du wirst wirst. Okay. Okay. Oh! Okay. Okay. Halt, keine Waffen. Schlimm genug, dass hier jeder mit einem Schwert herumpuchtet. Ach, aha, das ist ja keine Waffe, nur eine Schaufel. Dann kannst du durch und nicht vergessen, drücke, um mit allem zu plaudern. Mach ja keinen Ärger, Krieger. Kleines Geheimnis in Burg Stolz. Moor ist der erste Links-Rechtsweg. Was? Der erste Links-Rechtsweg? Kann ich hier meinen nehmen? Schauen wir nicht. Barde. Sei mir gegrüßt, Reisender. Ich bin nur ein einfacher Barde. Doch ich habe ein großes Problem. Ich habe all meine Notenblätter verloren. Mein komplettes Repertoire ist über das ganze Land verstreut. Solltest du ein Notenblatt finden, bringe es mir zurück und ich belohne dich. Fürstlich. Holla! Du hast ja zwei Notenblätter. Vortrefflich. Für jedes bekommst du 500 Gold. Wundervoll. Lass uns mal sehen. Oh. Da hast du ja... Der Rivale. Black Knight hat einen guten Musikgeschmack. Hätte Komposition studieren sollen. Aber dann wäre ich wohl derjenige, der einen Rivalen hat. Jetzt, wo ich dieses Notenblatt habe, kann ich das Lied jederzeit für dich spielen. Einfach fragen. Sei mir gegrüßt, Shavanite, Held der Musik. Was kann dieser einfache Barde heute für dich tun? Wunderbar. Was möchtest du hören? Barde. 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 Molli. Oh, was für ein hübsches Gesicht du hast. Du solltest uns öfter mal besuchen. Aha. Oh, was ist das? Gastronom, Suppe und Suppenhuhn, Hammel und Hack Deine maximale Gesundheit erhöht sich beim Essen Bring mir eine Essensmarke und ich koche dir ein Festmahl Der Ziegel... was? Ziegelehrte Könnte welche haben, nur wo ist das clevere Viech? Ziegelehrte Ach, Entscheidungen, Entscheidungen Soll ich Magie oder Gesundheit verbessern Oder einfach eine Konservendose essen Kauft doch eine Essensmarke und hilf mir, mich zu entscheiden Ja, Heldentat verbracht, erster Kampf Ach, Entscheidungen, Entscheidungen Soll ich Magie oder Gesundheit verbessern Oder einfach eine Konservendose essen Kauft doch eine Essensmarke Die kommen beide Gastronom, ich werde deine Gaumen im Handdrehen entzücken Also bon appetit und tut mir leid Ja, hier wird die Gaumen im Handdrehen entz Dame Und hier wird die Glocke Kommt schon an den Ich werde es neig, kann ich . Ich werde das Biseum Dann will ich die Ganzen Ich werde das Biseum Ich kann da runter, glaube ich. Ui. Holla, wie viele Leute gibt es denn hier in diesem Spiel? Mona, seufzt's. Schätze mal, etwas Einsamkeit ist zu viel verlangt. Nun, solange ich hier gestrandet bin, sollen wir ein Spielchen wagen. Ich brauche vorab nur 100 Gold. Warum nicht? Gut, ich beschwöre ein paar Sachen herbei und du kannst sie gegen die Ziele schleudern und Punkte sammeln. Ich kann doch noch nicht überraschen. Komm schon mal, wie viele Leute sind hier. Also ist das die Ziele kreuz, wenn man mit dem Spielchen BACK schimmt. Also ist es genau der Ziele kaputt, dass du einfach mal bist. ALLENGE. war ich jetzt gut oder war ich jetzt schlecht du hast 135 punkte gemacht denke ich nimm das hier und komm wieder wenn du dich langweilst das noch mal wagen so wird es noch mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Kind mit Reifen. Wow, Herr Ritter, schönes Stöckchen. Komm, lass uns spielen. Bist du wirklich der Shovel Knight? Beweis es mir, indem du diesen Haufen herumschläufst. Wow, unglaublich, du bist wirklich Shovel Knight. Puh, diese Eimer sind schwer. So, eins, vier haben wir jetzt. Shovel Knight, viele Prüfungen erwarten dich. Nur Mut, möge deine jede Niederlage entschlossener machen. Okay. Nein, Entschuldigung. Gehen wir mal kurz runter. Hat dir zwei fünf gekostet? Eins. Ach, das hängt auch noch ein. Angeleroute, brauche ich eine? Nein. Ich könnte noch mal dieses Spiel spielen. Oh, muss nicht, dass man da durchstehen kann. Tolla, du hast zwei Notenblätter. Vortreff dich. Für jedes bekommst du 500 Gold. Wunderbar, lass uns mal sehen. Oh, da hast du Pastorale. Die eigene Musik im Einkaufszentrum zu hören. Ich nehme an, so bezahle ich meine Rechnungen. Jetzt, wo ich diese Notenblätter habe, kann ich das nicht jederzeit für dich spielen. Wir spielen jetzt noch einmal dieses komische Spiel, damit wir zwei Fünd haben. Damit ich dieses Ding mit dem unendlichen Potential haben kann. documenting Mach es oder einer derrière Snapdragon wird factor. Um... Hier ist nicht der 여기까지. Bis zum nächsten Mal! Buterin dirt hast. Job. Das pourrait versuchen. Was gut verletz dich. Es gibt nicht nur für dich. Gehenst du für uns zum nächsten Mal! Undiful!! Das Ausfall ... Hey, ich hab mehr als vorher. Du hast 179 Punkte. Geh. Nein, ich bin beeindruckt. Yes. Jetzt können wir dieses Ding mit dem Kraftpotential holen. Keine Ahnung, was das macht. Ich bin dran. Chaos-Kugelhalter. Und X gedrückt. Eine Kugel mit unnettlichem Kraftpotential. Oh, ich bin dran suchen geworden. Aha. Okay. Keine Ahnung, was sie macht. Aber wir haben sie. Hier können wir zu Burg Stolzmoor, damit der Tür wieder zufrieden wird. Hier kommen wir zu dem Apish, Apish 3, der Lichthof, das Specter Night. Da geht's nicht weiter. Okay. Ich würde aber sagen, wir machen hier nur kurze Pause. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit Shovel Knight. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Kommentar könnt ihr mir gerne auch unten da lassen, das würde mich sehr freuen. Und falls ihr generell so mögt, was ich so gemacht habe, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Vielen herzlichen Dank, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.